Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute den Handlungsaufbau beim multimodalen Erzählen an. Viel Spaß beim Video. In der Welt des multimodalen Erzählens öffnen sich neue Dimensionen der Geschichtenerzählung, die weit über die Grenzen traditioneller Narrative hinausgehen. Durch die Verzweigung der Narration entsteht eine dynamische Erzähllandschaft, in der das Publikum nicht länger nur passiver Beobachter, sondern aktiver Gestalter der Handlung wird. Dieses Prinzip wird in einer Erzählung manifest, die sich über Bücher, Filme, Webseiten und soziale Medien erstreckt, wobei jede Plattform einzigartige Facetten der Geschichte beleuchtet und vertieft. Stellen Sie sich eine Geschichte vor, die in einer dystopischen Zukunft spielt. Die zentrale Handlung beginnt in einem Buch, das die Grundlagen der Welt, ihre Geschichte und die Hauptcharaktere einführt. Doch am Ende jedes Kapitels gibt es QR-Codes, die die Leser zu einer Webseite führen, wo sie Entscheidungen für die Protagonisten treffen können. Diese Entscheidungen beeinflussen nicht nur den Verlauf der Geschichte im Buch, sondern auch die Ereignisse in einem parallel laufenden Film, der die gleiche Welt aus einer Anderen Perspective zeigt. Die Interaktion endet hier jedoch nicht. Über soziale Medien können die Zuschauer und Leser zusätzliche Inhalte freischalten, Charaktertagebücher einsehen und geheime Unterhaltungen zwischen Nebencharakteren entdecken, die Hinweise auf versteckte Handlungsstränge und Geheimnisse der Geschichte geben. Diese plattformübergreifende Vernetzung schafft ein umfassendes Erlebnis, das die Grenzen zwischen den einzelnen Medien verwischt und eine kohärente, multidimensionale Erzählung schafft. Der Einsatz von Multimedia-Elementen wie virtueller Realität, VR, und Augmented Reality, AR, intensiviert das Eintauchen und Engagement des Publikums weiter. In einem VR-Erlebnis könnte das Publikum beispielsweise eine Schlüsselszene aus der Geschichte selbst durchleben, Entscheidungen in Echtzeit treffen und die unmittelbaren Konsequenzen dieser Entscheidungen erleben. Dieses tiefe Eintauchen in die Handlung ermöglicht ein intensives emotionales Erlebnis, das in traditionellen Erzählmedien unerreichbar ist. Augmented Reality, AR, kann die Erzählung in den physischen Raum der Zuschauer bringen, indem digitale Elemente der Geschichte in ihre reale Umgebung integriert werden. Eine App könnte beispielsweise die Benutzer dazu ermutigen, an bestimmten Orten in ihrer Stadt nach virtuellen Hinweisen zu suchen, die zur Aufklärung eines Rätsels in der Geschichte beitragen. Diese Verknüpfung der virtuellen und realen Welt verstärkt das Gefühl der Verbindung zur Geschichte und ermutigt zu einer aktiveren Teilnahme. Die dynamische Anpassung der Inhalte ist ein weiteres innovatives Element des multimodalen Erzählens. Algorithmen und Benutzerdaten können genutzt werden, um die Handlung dynamisch an die Präferenzen und Interaktionen des Publikums anzupassen, basierend auf den Entscheidungen, die die Zuschauer oder Läser treffen, können verschiedene Handlungsverläufe und Enden freigeskeltet werden, was zu einer hochgradig personalisierten Erzählerfahrung führt. Diese Art der Anpassung sorgt dafür, dass das Publikum eine einzigartige Geschichte erlebt, die sich an seine individuellen Entscheidungen und Interaktionen anpasst. Ein fiktives Beispiel könnte eine interaktive Serie sein, in der Zuschauer die Entwicklung der Handlung durch ihre Entscheidungen bei Live-Abstimmungen über soziale Medien steuern. Die Serie passt sich in Echtzeit an die Mehrheitsentscheidungen an, wodurch jede Episode einzigartig wird. Parallel dazu könnten Benutzer über eine App Zugang zu persönlichen Geschichten der Charaktere erhalten, die auf ihren eigenen Entscheidungen in früheren Episoden basieren, was eine tiefere Verbindung und ein besseres Verständnis der Charaktere und ihrer Motivationen ermöglicht. Insgesamt erweitert das multimodale Erzählen den Horizont dessen, was in der Narration möglich ist, indem es eine reichhaltige, interaktive und immersive Erfahrung bietet, die sich über verschiedene Plattformen erstreckt. Durch die Verzweigung der Narration, plattformübergreifende Handlungsstränge, den Einsatz von Multimedia-Elementen und die dynamische Inhaltsanpassung wird eine neue Ebene der Erzählkunst erreicht, die das Publikum nicht nur fesselt, sondern auch aktiv in die Gestaltung der Geschichte einbezieht. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema Multimodales Erzählen. Denn, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, ist das Thema auch sehr relevant fürs Abi. Mit detaillierten Analysen, Hintergrundinformationen und Übungen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 25 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter. Die erzählerische und ästhetische Gestaltung in verschiedenen Erzählformaten ist ein komplexes und nuanciertes Feld, das tief in die Kunst des Storytellings eingebettet ist. Jedes Format, sei es ein Grafikroman, ein Film, ein literarisches Werk oder ein digitales Medium, bietet einzigartige Möglichkeiten, um Geschichten auf eine Weise zu erzählen, die die Sinne anspricht und emotionale Verbindungen schafft. In der visuellen Narration von Grafikromanen und Filmen spielen Bilder, Farben und visuelles Design eine entscheidende Rolle. Grafikromane nutzen das Zusammenspiel von Illustrationen und Text, um komplexe Geschichten zu vermitteln und Charaktere zum Leben zu erwecken. Die Stärke dieser Erzählform liegt in ihrer Fähigkeit, durch das visuelle Design sofort Stimmungen zu setzen und subtile Hinweise auf die Handlung und die Psychologie der Charaktere zu geben. Farben werden strategisch eingesetzt, um Emotionen zu verstärken oder bestimmte Themen hervorzuheben. Ein düsterer, monochromatischer Farbton kann beispielsweise Gefühle der Isolation und Verzweiflung verstärken, während helle und lebendige Farben oft eine Atmosphäre der Freude oder Leichtigkeit schaffen. Filme, als ein weiteres mächtiges Medium der visuellen Narration, nutzen bewegte Bilder und die Dynamik von Kameraeinstellungen, um eine Geschichte zu erzählen. Die Kameraführung, ob es sich um ruhige statische Aufnahmen oder um schnelle dynamische Schwenks handelt, beeinflusst direkt, wie die Zuschauer die Handlung und die Charaktere wahrnehmen. Visuelles Design in Filmen umfasst auch die Auswahl von Sets, Kostümen und Licht, die alle zusammenarbeiten, um die Welt der Geschichte zu gestalten und den narrativen Ton zu unterstützen. Die sprachliche Gestaltung in der Literatur und in Hörbüchern zeigt, wie mächtig Worte in der Schaffung von Atmosphäre und der Erzeugung emotionaler Reaktionen sein können. In der Literatur ermöglicht der Einsatz stilistischer Mittel, wie Metafern, Alliterationen und das Sündeton, den Autoren, eine reiche Textur der Bedeutungen und eine rhythmische Qualität des Textes zu schaffen, die Leser in die Tiefe der erzählten Welt sieht. Der Rhythmus und Klang der Sprache, verstärkt durch die individuelle Stimme des Vollessers, verleichen Hörbüchern eine eigene Dimension. Die stimmliche Interpretation kann subtile emotionale Nuancen vermitteln und so die narrativen Absichten verstärken und vertiefen. In der Welt des interaktiven Designs revolutionieren digitale Medien die Art und Weise, wie Geschichten erzählt und erlebt werden. Digitale Plattformen, insbesondere Videospiele und interaktive Anwendungen bieten eine aktive Rolle im Erzählprozess. Benutzeroberflächen und Interaktionselemente sind so gestaltet, dass sie nicht nur intuitiv und ansprechend sind, sondern auch die narrative Tiefe und die Einbindung in die Geschichte fördern. Interaktivität erlaubt es dem Publikum, Entscheidungen zu treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen, was zu einem persönlicheren und engagierteren Erlebnis führt. Die Entwicklung hinzu, naudern multisensorischen Erfahrungen. Insbesondere in immersiven Medien wie Virtual Reality, VR, und Augmented Reality, Shade AR, stellt den Höhepunkt der narrativen und ästhetischen Gestaltung dar. Diese Technologien ermöglichen eine vollständige Immersion in die Erzählwelt, indem sie visuelle, auditive, haptische und gegebenenfalls olfaktorische Elemente kombinieren. In einer VR-Umgebung kann das Publikum in eine vollständig realisierte Welt eintauchen, die es sehen, hören, berühren und manchmal sogar riechen kann. Diese ganzheitliche Einbindung schafft eine intensivere emotionale Verbindung zur Geschichte und ihren Charakteren. Zusammenfassend ist die erzählerische und ästhetische Gestaltung in verschiedenen Erzählformaten ein vielschichtiges Unterfangen, das weit über die bloße Vermittlung von Handlung und Charakter hinausgeht. Sie beeinflusst, wie Geschichten wahrgenommen, interpretiert und gefühlt werden. Von den statischen Bildern eines Grafikromans bis zur dynamischen Interaktivität digitaler Medien. Jede Erzählform nutzt ihre spezifischen Mittel, um einzigartige und eindrucksvolle Erzählerfahrungen zu schaffen, die die Grenzen traditioneller Narration erweitern und das Publikum auf einer tiefen, oft persönlichen Ebene ansprechen. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema Multimodales Erzählen. Denn, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, ist das Thema auch sehr relevant fürs Abi. Mit detaillierten Analysen, Hintergrundinformationen und Übungen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse.